Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Ich spiele heute wieder eine Runde Player on the Battlegrounds und ich bin heute mal wieder hier alleine für euch am Stüssel, meine Friends. Ja, wie gesagt, es wird sich in den nächsten paar Tagen auch nicht ändern. Frühestens zum Montag und wir haben ja gerade mal Samstag bei euch. Bei mir haben wir noch Donnerstagabend. Ich habe heute einen stressigen Tag gehabt eigentlich. Da kann man noch mal so eine Runde ballern. Jetzt war ich arbeiten, dann habe ich meine Elgato eingebaut. Da musste ich noch Windows 10 installieren. Ah, ja, ja. Nur Sachen zu tun heute, Freunde. Und das ist erst die zweite Aufnahme mit Windows 10 überhaupt. Von daher, falls es noch nicht so rund läuft, tut mich sorry. Dann liegt es an Windows 10. Bin mal gespannt. Bisher läuft der PC, glaube ich, besser. Tendenziell, aber ich weiß es nicht so genau. Die Sachen bloppen auf jeden Fall erst auf einmal auf. Oh. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Ei, ei, ei. Nix. Benzin. Ein Helm. Und was haben wir hier noch? Ein Rucki-Sacki. Okay. Oh, nimm ihn doch einfach. Schluckoff ist auch am Start. Nicer, dicer. Die Save-Song gleich sollte mal nicer, dicer für mich sein. Ah, ja, ja. Sorry nochmal gestern für die etwas kürzere Runde. Das war so nicht geplant, aber ich brauchte unbedingt eine Runde, weil ich auch schon wieder spät dran war. Momentan bin ich immer spät dran. Ich hoffe, hier fährt gerade ein Moped hin. Hat das die Trüben gehalten? Ich glaube ja. Ähm, ich hoffe, das entspannt sich ein bisschen zum Sonntag hin, dass ich da ein bisschen was schaffe. Weil sonst muss ich halt jeden Abend nach der Arbeit noch aufnehmen. Das ist immer ziemlich stressig. ist hier einer. Vielleicht hat er hier doch nicht gehalten. Aber ich dachte, ich hätte den hier gehört. Oh, das wollte ich nicht. Habe ich mein Headset richtig rum auf? Ja, habe ich. Beziehungsweise hatte ich. Sagen wir es noch. Uh, hier war ein Fenster. Das war blöd. Das war super blöd von mir. Ah, der nimmt die Smoke nicht. Egal. Also wir hatten fest, hier war irgendwo. Oh. Oh. So. So. Ähm. Hier war irgendwo ein Gegner. Ich weiß noch nicht wo. Das ist nicht so super, ne? Würde ich mal sagen. Ah, es hörte sich so an, als hätte er irgendwo angehalten. Gehen wir mal hier hin. Ei, 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 ei. Ich habe derzeit auf dem linken Ohr irgendwie so allzeitlich Ohrenschmerzen. Das ist ein Dings. Von hinten ist es. Die Tür ist zu. Also alle Türen, die ich sehen kann, sind zu. Gehen wir mal rein. So ein bisschen ist es ja auch immer lootabhängig. Ob gelootet ist oder nicht. Also die Einschätzung. Natürlich 100% kann man es nie wissen. Weil manche lassen halt auch in Energy liegen oder so. Aber, ja, wenn man schon mal ein bisschen loot sieht, dann kann man sich immer schon mal so ein kleines Bild machen. Momentan kann ich mir noch kein Bild machen, weil alles kackloot war. Aber ich denke mal, hier ist ungelootet. So, mein Verdacht. Ja, jetzt würde ich schon eher sagen, ist ungelootet. Nach der, ähm... Nach dem First-Age-Kit. Da denkt man, das sind schon immer eher... Doppeltes First-Age-Kit. Hier drin. Ja, ist ungelootet. Also wenn hier gelootet ist, weiß ich ja auch nicht. Dann hat hier jemand gelootet, der einfach kein Loot will. Also, keine Ahnung. Oder eine No-First-Age-Kit-Challenge macht oder so. Wäre auch mal lustig, ne? Ich muss übrigens, glaube ich, meinen In-Game-Sound wieder ein bisschen lauter drehen. Kann man das direkt hier. Ton. Gesamt. Ja, hört sich doch für mich schon besser an. Ich hoffe, ihr habt dadurch jetzt keine Einschränkungen oder so. Könntest du ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil, wie gesagt, erstes Mal mit Windows 10. Alter, was liegt hier alles? Bäm, 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 bäm. 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 Wie viel Moon lag der jetzt? Ich hatte vorher 60 Schuss. Ich habe jetzt 190 plus 20, ähm, 210 Schuss eingesammelt. Sieben Pakete. Freunde. Sieben Pakete lang. Äh, nee, sechs. Entschuldigung, sechs. Ähm, ich habe ja nicht 210 Schuss. Ich habe 180, 30 hatte ich ja schon vorher. Also als Reserve. Ai, ai, ai. Sechs fucking Pakete lang, ne? Jetzt nice. Und ich habe eine Mini. Und ein Dreierhelm, Freunde. Ich habe noch keine Weste, oder? Kacke. Okay, laufen wir hier mal entlang. Ich will eigentlich nicht in Richtung Los Leones, aber ich will noch die Hallen davor mitnehmen. Ihr kennt den Trouble, ne? Eigentlich brauche ich auch keinen Loot mehr von der, von dem, äh, Loot her, sondern ich brauche einfach noch ein bisschen was an Zeug. Hier bin ich letztes Mal an der Safe Zone verreckt. Ähm, vorgestern war das, glaube ich. Da war ich hier, bin ich da hochgelaufen, dann wieder hier runter, weil hier unten noch ein Gegner war, den ich geholt hatte. Und dann dreimal Loot da lag. Zumindest mal eine Einserwester. Ähm, ja, und dann lag dreimal Loot da unten. Und dann bin ich da wieder hingerannt und das war nicht so erfolgreich. Und dann musste ich da auch wieder wegrennen. Und leider stand da kein Auto da so, wo es jetzt steht. Von daher bin ich ziemlich weit gerannt, will man meinen. Hier ist wieder so eine unklare Lage. Schon gelootet oder nicht? Man weiß es einfach nicht. Hier ist eigentlich kein Loot, wo ich denke, geil. Aber auch keine Anzeichen, dass schon gelootet ist eigentlich. Außer halt das nicht so geile Loot, aber... Da war halt nirgendwo was weg von dem Loot. Zumindest nicht auf den ersten Blick, sagen wir es so. So, rein hier. Pfanne. Ich hab halt nur einen Einserrucksack, ne? Ja, weil jetzt das Magazin, sehr nice. Lagen wir mal direkt nach. Hier, hier, hier. So, gucken wir mal, was hier drüben gleich dran ist. Das gibt es nicht. Wie viel Luck kann man haben, dass der genau da ist, äh? Wann hat der mich gesehen? Das will ich mir noch angucken. Oh, heute schon wieder eine kürzere Folge, äh? Da hatte er noch keinen Plan, dass ich da bin. Ihr seht mich da unten auf dem Radar. Okay. Hä? Das guck ich mir noch mal an, Freunde. Wann hat er mich gehört? Das ist jetzt die interessante Frage. Da auf keinen Fall. Gesehen hat er mich da auch nirgendwo? Also, ich bin mir nicht sicher, ob der gescheatet hat. Ich werd's mal reporten, weil irgendwie, weiß ich nicht. War schon komisch. Könnt ihr gerne mal, äh, eure Meinung dazu schreiben? Als was reportet man hier? Einfach melden? Einfach melden, hat scheinbar funktioniert, oder? Kann man ihn jetzt noch mal melden? Was hat er denn gemacht? Eigentlich Wallhack, also, keine Ahnung. Ich mach mal automatisch anvisiert. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, ähm. Ja, ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, heute wieder ein bisschen kürzer. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin und rein. Ciao!